Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der BASF. Heute geht es um die Thematik der Stickstoffdüngung und Getreide. Und wir wollen uns aber nicht über den praktischen Einsatz der Düngegaben draußen im Feld unterhalten, sondern vielmehr geht es um die aktuelle Situation, die unter anderem durch die Ukraine-Krise hervorgerufen wurde. Die Stickstoffpreise sind explodiert und teilweise bereiten Verfügbarkeiten uns auch große Sorgen. Ob diese Problematik ein Umdenken im Ackerbau und insbesondere in der Pflanzenschutzstrategie bedarf, werde ich heute mit meinen Kollegen diskutieren. Und ich habe dafür zwei Spezialisten in der Leitung. Das ist einmal Dr. Bernd Krieger und einmal der Michael Rosberger. Und bevor ich etwas zu euch sage, ist es glaube ich der beste Weg, wenn ihr euch selbst vorstellt. Und ich würde sagen, Michael, wir fangen mal mit dir an. Ja, meine lieben Zuhörer. Mein Name ist Michael Rosberger. Ich bin 39 Jahre alt, seit 17 Jahren bei der BASF in verschiedensten Bereichen tätig gewesen. Ich war lange Zeit im Versuchswesen. Und nach der guten Erfahrung im Versuchswesen bin ich dann in die Beratung gegangen und darf heute die Beratung der BASF deutschlandweit leiten. Prima, vielen Dank Michael und Bernd. Ich habe mich schon einmal gehört, aber es gibt neue Zuhörer. Stell dich doch auch einmal bitte vor. Ja, gerne Philipp. Mein Name ist Bernd Krieger. Ich bin seit über 20 Jahren bei der BASF. Wird in diesem Jahr 60 Jahre alt und habe lange Erfahrung auch in der Beratung, die ich auch vor der BASF schon gemacht habe. Bin jetzt seit einigen Jahren als Fachberater in Nordostdeutschland tätig und habe mich die ganze Zeit, die ganzen Jahre eigentlich seit meines Studiums mit Pflanzenbau beschäftigt und insbesondere auch Stickstoffdüngung und Pflanzenschutz. Ich denke, eine gute Grundlage, um mit diesem Thema zu arbeiten. Ja, prima. Prima, vielen Dank. Wir starten direkt mit der ersten Frage. Und zwar, Michael, ich habe es eben bereits angeteasert. Es gibt Probleme im Düngermarkt. Was ist da los? Was sind die Hintergründe? Kannst du vielleicht einmal kurz das erläutern, was uns draußen erwartet? Ja, es hat die Betriebe sozusagen überrollt, was hier im Düngermarkt geschehen ist. Die stark gestiegenen Gaspreise bzw. auch die Gasverfügbarkeit haben also hier zugeführt, dass der Stickstoffpreis sich vervierfacht hat. Und ein ganz anderer Punkt ist jetzt ganz neu dazu gekommen, überhaupt die Verfügbarkeit von Stickstoff. Gibt es physisch Ware zu kaufen? Wenn es die gibt, muss sie transportiert werden. Alles neue Herausforderungen, auf die wir hier jetzt stoßen. Und es kommt dazu, und das ist ja schon seit ein paar Jahren das Thema, die politischen Ansätze, den Eintrag von mineralischen Stickstoff zu reduzieren. Ganz prominent sind ja hier praktisch die roten Gebiete, was praktisch bedeutet, dass die N-Düngung um 20% reduziert werden musste. Und das führt natürlich schon zu einer deutlichen Reduktion an stickstoffhaltigen Düngemitteln, die wir also ins System bringen. Was uns natürlich in der BASF, auch hier in der Gruppe mit dem Dr. Krieger, dazu bewegt hat, zu überlegen, wie ist der Stickstoff im System zu betrachten, welche Maßnahmen gibt es. Und vor allem, jedes Kilogramm Stickstoff ist mittlerweile so wertvoll, dass wir das also perfekt ausnutzen müssen. Ja, und in der Vergangenheit konnten wir auch manchmal Sachen mit Stickstoff reparieren. Das kennen wir alle. Und dann haben wir eben mal noch 10 Kilo mehr gestreut. Aber das ist jetzt leider Gottes vorbei, die Zeit. Reparaturstickstoff, wie wir ihn immer genannt haben. Und jetzt müssen wir im Grunde alle pflanzenbaulichen Maßnahmen ausschöpfen. Und dazu zählen im Grunde viele Punkte, worauf ja auch der Bernd Krieger, denke ich, im nächsten Punkt mal so ein bisschen eingehen wird, was man da so machen kann. Ja, vielen Dank, Michael. Ja, das ist das Stichwort. Bernd, was denkst du, was können wir für Maßnahmen machen? Du bist in der Fachberatung draußen unterwegs. Du hast da täglich mit zu tun. Was gibt es für Ansätze? Ich glaube, wir haben viele Sachen, die wir einstellen können. Und wir sollen aber nicht so tun, als wenn wir das die ganzen Jahre noch nicht gemacht haben. Denn wir haben sehr viel mit hocheffektiven Profilandwirten zu tun, die Pflanzenbau seit Jahren erfolgreich gestalten. Und wir bewegen uns ja auch seit Jahren im Rahmen der guten fachlichen Praxis. Und gute fachliche Praxis sagt natürlich, ich muss alles tun, um einen gesunden, einen wachsenden Bestand hinzustellen. Trotzdem haben wir da Reserven. Und diese Reserven, wir müssen uns einfach bewusst machen, was wir tun und noch genauer hinschauen und an diese Reserven rangehen. Und wenn wir an die Reserven rangehen, dann bin ich auch überzeugt davon, dass wir den Stickstoff noch besser ausnutzen können. Ich würde mal ein Beispiel festmachen. Wir haben natürlich den Weizen nach einer Fruchtfrucht Raps stehen. Und wenn er nach Raps steht, dann wissen wir alle, dass der weniger Stickstoff braucht als ein Weizen nach Weizen. Die Frage ist natürlich, und das meine ich mit dem Bewusstmann, warum braucht ein Weizen nach Weizen mehr Stickstoff als ein Weizen nach Raps? Und wenn wir uns das mal genau anschauen, hängt vieles mit der Durchwurzelung des Bodens zusammen, mit der Fähigkeit der Pflanze Wurzeln zu bilden. Und diese Fähigkeit ist im Weizen nach Raps deutlicher ausgeprägt, als im Weizen nach Weizen. Und zudem haben wir im Weizen nach Weizen das Problem auch noch, dass so eine Krankheit wie die Schwarzbeinigkeit das Wurzelsystem belastet. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn ich die Stickstoffausnutzung optimieren will, dann muss ich alles tun, das Wurzelsystem zu fördern. Und das muss unser Ziel sein. Förderung des Wurzelsystems ist das A und O, um die Stickstoffausnutzung zu optimieren. Bernd, sag mal, jetzt sind wir ja, du kommst aus Schleswig-Holstein, traditionelle Fruchtfolgen, Weizen, Rapsen, gibt es auch Regionen, da steht nicht so viel Raps, wie bei uns hier in der Heide. Gibt es Möglichkeiten, das Wurzelsystem des Getreides aktiv zu beeinflussen, wenn ich jetzt zum Beispiel aus einer Fruchtfolge komme, wo Weizen nach Weizen geht? Ja, Weizen nach Weizen ist natürlich, und das werden die politischen Rahmenbedingungen vorgeben, ein Auslaufmodell, ist vielleicht auch ganz gut so. Grundsätzlich ist ja alles, was sich unter der Bodenoberfläche abspielt, erst mal nicht zu sehen. Und ich muss aber dafür sorgen, dass die Wurzel erst mal ein gutes Wurzelsystem ausbilden kann. Und das kannst du auch in der Heide, zum Beispiel nach der Vorfrucht Kartoffeln oder nach einem Mais machen. Das ist ja kein Problem. Die Frage ist da immer natürlich nur, wie schaffe ich das, den Bestand so zu bestellen, oder wie schaffe ich das, die Bodenverdichtung so zu reduzieren, dass das Wurzelsystem vernünftig wachsen kann. Wenn ich das nicht schaffe, dann sehe ich das auch nachher. Am besten sehe ich das, wenn ich mit der Drohne oder mit dem Flugzeug mal rüberfliege über meine Bestände, jetzt nachher im Mai, Juni die Zeit, dann sehe ich die Schwachstellen auf meinem Acker, wo ich Bodenverdichtung habe. Und da muss ich letztendlich angreifen. Und das ist eine Maßnahme, die ich im Herbst machen muss. Das Problem, das wir haben, ist natürlich, wir haben heute einen Status Quo aus dem Herbst. Und wir wollen jetzt im Frühjahr noch was bewegen, wollen den Stickstoffumsatz fördern. Das heißt, wir müssen jetzt uns in den nächsten Minuten mal mit den Maßnahmen beschäftigen, wo wir im Frühjahr noch Möglichkeiten haben einzugreifen. Und diese sind im Laufe des Frühjahrs natürlich wesentlich geringer, als wenn ich im Herbst gleich anfange, den Bestand richtig hinzustellen. Okay, ja. Michael, du kommst aus dem Versuchswesen. Was können wir im Frühjahr noch machen? Du kennst es besser als vielleicht viele andere. Ja, wir sind im Grunde genommen bei dem Thema Wachstumsregulatoren. Und ich war ja im Versuchswesen lange tätig in Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Und es ist im Grunde so, dass ein Wachstumsregulator viel mehr ist als nur Einkürzungen. Denn wir haben in der Zeit im Versuchswesen natürlich auch immer gern gesagt, wir gucken nicht nur, was passiert oben, sondern was passiert auch unter der Erde. Und die dringendste Maßnahme ist jetzt im Grunde genommen zum Stadium 30, 31, den Wachstumsregler hier gezielt einzusetzen. Vom BASF haben wir hier seit ein paar Jahren das PRODAX, eine sehr ausgeklügelte Wirkstoffkombination, die wir hier breit empfehlen. Und was passiert also damit? Vielleicht nochmal zu einer Beobachtung. Also viele Zuhörer kennen vielleicht Frankfurt-Oder. Das ist also ein ganz leichter Standort. Und dort war immer zu beobachten, nach dem Einsatz von PRODAX, waren die Parzellen deutlich grüner und frischer. Und es passiert also Folgendes. Wenn wir das Wurzelsystem fördern wollen, muss jetzt das PRODAX zum Einsatz kommen. Das haben wir also einmal durch diese Beobachtung gesehen. Man kann das aber auch erklären, denn die Einkürzung so eines Bestandes, das bedeutet ja, wir greifen auch ein Stück in den Phytohormon-Haushalt ein. Und das ist jetzt das ganz Wichtige. Es wird also hier der Zytokinin-Spiegel angehoben. Und Zytokinin ist ein ganz wichtiges Pflanzenhormon. Das ist nämlich verantwortlich für die Zellteilung. Bedeutet also zum einen Bestockung. Aber verhindert auch das Zellenlängenwachstum, sodass wir also kompaktere Zellen vorfinden. Das kann man auch immer schön beobachten, wenn man nach so einer Anwendung mal vergleicht mit einem N-Tester, eine unbehandelte Parzelle zu dieser behandelnden. Also wir können festhalten, erhöhte Zellteilung, höherer Zytokinin-Gehalt führt also zu einer höheren Photosynthese-Leistung. Das konnten wir beobachten und das hat den Ertrag vor allem positiv beeinflusst und führte in unseren Versuchen auch dazu, dass die Verwertung des Stickstoffs hier deutlich gesteigert wurde. Und Bernd, jetzt haben wir über die Wurzel und über den Aufbau gesprochen. Was können wir der Pflanze eben Nützliches tun, damit wir die Nährstoffe dort umgesetzt bekommen? Ja, ich habe es eben mit Interesse gehört, was Michael gesagt hat. Natürlich, der Stickstoff, der kommt in die Pflanze rein. Bloß die Pflanze muss ja auch in der Lage sein, das umzusetzen. Es nützt ja nichts, wenn ich den ganzen Stickstoff in die Pflanze rein transportiere und die Pflanze schafft es nicht einfach, diesen Stickstoff zu verwerten. Und diese Umsetzung von Stickstoff in der Pflanze ist von einigen Faktoren abhängig. Und ein ganz wichtiger Faktor ist natürlich die Gesundheit der Pflanze. Es wird immer wieder unterschätzt, dass eine Krankheit und ist sie auch nur latent auf einer Pflanze, also gerade eben sichtbar, wie viel Kraft die einer Pflanze kostet. Und diese Kraft geht natürlich zulasten der Stickstoffumsetzung. Wir haben damit inzwischen natürlich mit Revisol einen hervorragenden Wirkstoff, der die Krankheiten alle raushält und ich kann die Pflanzen damit richtig schön gesund halten. Und eine gesunde Pflanze kann natürlich dann auch den Stickstoffumsatz fördern. Wir kennen diesen Effekt schon sehr, sehr lange. Wir wissen auch, dass selbst gesunde Pflanzen, die super eingestuft sind von der biologischen Bundesanstalt, die wirklich resistent sind gegen Krankheiten, positiv auf Fungizide reagieren. Wir nehmen einfach diesen Druck, den die Pflanze hat gegenüber den Krankheitserregern, den fahren wir runter und die Pflanze kann sich, ich sage es mal etwas platt, konzentrieren, Ertracht zu machen, Stickstoff umzubauen und für sich nutzbar zu machen. Das sind natürlich Sachen, die offensichtlich sind, wenn Krankheiten raus sind. Aber es gibt auch noch weitere Effekte, die über die Krankheitswirkung hinausgehen. Und auch die müssen wir nutzen. Und diese Effekte, das finde ich interessant. Michael, vielleicht kannst du noch etwas zu sagen. Was sind das für Effekte? Ja, wir nennen das in der Wissenschaft im Grunde die physiologischen Effekte. Und von denen gibt es also eine ganze Reihe, die also hier seit Jahren beschrieben und erforscht werden. Ich hatte ja schon mal ein paar kleine angedeutet. Und damit haben wir uns also sehr intensiv beschäftigt. Das war vor allem die Fragestellung der Stickstoffausnutzung. Und was hat da mit der Nitratreduktase zu tun? Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, der dann also physiologische Effekte ausmacht. Nitratreduktase, sehr wissenschaftlich, sehr akademisch hört sich das an. Während du kennst dich da bestens mit aus. Verdeutete das mal, dass man das verstehen kann. Das ist natürlich, Nitratreduktase hört sich auch mal so hochdragend an. Das ist natürlich, wenn wir uns ein bisschen damit auseinandersetzen, ist das auch gar nicht mehr so kompliziert. Es ist ein biochemischer Ablauf in der Pflanze. Ich will mal versuchen, das ein bisschen zu erläutern. Der Motor des Wachstums ist Stickstoff. Und Stickstoff, das ist das, was die Pflanze braucht. Und Stickstoff nimmt die Pflanze primär als Nitratstickstoff, den sogenannten Salpeter, auf. Nitratstickstoff nimmt die Pflanze auf, weil das Angebot im Boden am höchsten ist vom Nitrat. Das ist das eine. Und das zweite, Nitrat nimmt sie mit dem Wasserstrom auf. Das heißt, es ist für sie keine Energie erforderlich, um Nitrat aufzunehmen. Der zweite Stickstoffpool ist das Ammonium. Um Ammonium aufzunehmen, muss die Pflanze arbeiten. Sie muss richtig für ein Ammonium einen Ausgleich schaffen und das kostet der Pflanze Kraft. Und von daher wird in der Regel erst mal Nitrat aufgenommen. Das Nitrat hat aber ein Problem. Nitrat kann die Pflanze, so wie es ist, überhaupt nicht verwirten. Die Pflanze braucht das Ammonium, um Eiweiße, um Zellstrukturen aufzubauen. Das heißt, sie muss in der Pflanze aus dem Nitrat erst mal wieder Ammonium machen. Um dieses Ammonium herzustellen, ist dieses Enzym, das hört sich so kritisch an, diese Nitratreduktase von existenzieller Bedeutung. Die Nitratreduktase sorgt dafür, dass Nitrat zu Ammonium wird. Nun hat die Nitratreduktase einen Nachteil. Sie wird über Tag abgebaut und verbraucht. Und je weniger Nitratreduktase da ist, desto weniger kann natürlich Nitrat abgebaut werden und zu Ammonium umgewandelt werden. Das heißt, wenn ich es schaffe, die Nitratreduktase länger in der Pflanze stabil zu halten, dann habe ich im zweiten Schritt natürlich länger die Chance, Nitrat zu Ammonium zu transferieren. Und damit hat die Pflanze mehr Möglichkeiten, mehr Stickstoff umzusetzen. So, dieses Enzym, die Nitratreduktase, ist ja wirklich elementar. Wir wissen nun, dass das F500, unser Pyraklostrobilurin, die Nitratreduktase am Abbau hindert. Das heißt, die Nitratreduktase bleibt länger in der Pflanze aktiv. Und durch unser Strobilurin F500 habe ich denn eine bessere Stickstoffumsetzung. Und diese Stickstoffumsetzung kann die Pflanze dann auch direkt nutzen, weil länger das Ammonium zur Verfügung steht. Und ja, sehr komplexes Thema, aber sehr interessant. Da müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen in die Praxis schauen, um das auch zu verdeutlichen. Michael, was hat das denn mit unserer Düngerausnutzung zu tun? Ja, bei der Düngerausnutzung ist es ja so, dass wir im Boden, das hat ja kaum der Bernd Krieger gesagt, wir haben einmal das Ammonium und haben einmal das Nitrat. Und im Grunde können wir das jetzt ganz einfach runter reduzieren, damit wir Ammonium aufnehmen können. Das muss sich ja die Pflanze aktiv holen, die Wurzel muss hinwachsen. Ist ja eigentlich ganz klar, wir brauchen einen Prodax, denn das fördert das Wurzelwachstum. Und das bedeutet, umso besser das Wurzelwachstum, umso schneller wächst die Wurzel zum Ammonium hin und kann das aktiv aufnehmen. Haben wir sogar noch einen kleinen positiven Nebeneffekt. Bei hohen pH-Werten wird der dort in der Wurzelspitze kurz angesäuert und der Phosphor wird sogar besser mit aufgenommen. Und das andere ist ja praktisch das Nitrat, was also mit dem Massenstrom aufgenommen wird. Und ja, und hier gilt einfach, die Umsetzung für Nitrat ist gleich F500, also Pyraglostrobin, was also die Umsetzung in der Pflanze, wie das der Bernd erläutert hatte, beschleunigt. Und diese beiden Effekte, die gehören jetzt also zur Düngung zusammen, denn wenn wir uns das mal anschauen, wenn wir jetzt einen Kalkamonsalrepater düngen, der hat also 50-50, 50% Nitrat, 50% Ammonium. Und da kann man festhalten, Kalkamonsalweter, 50% Nitrat, brauchen wir also Balaya. Und zum Ammonium brauchen wir das ProDAX. Und sag mal, Bernd, das ist alles, wie gesagt, ich hatte es eben schon gesagt, sehr wissenschaftlich. Man muss da lange drüber nachdenken, um das alles zu verstehen. Können wir das beweisen? Gibt es da Versuche zu? Versuche gibt es zuhauf, aber die haben sich eigentlich nie so detailliert mit der aktuellen Fragestellung beschäftigt. Wir haben nun das Glück, dass wir in den letzten zwei Jahren eine große Versuchstheorie in Deutschland angelegt haben. Wir haben über 20 Versuche in Weizen und Gerste primär in Nordostdeutschland gehabt. Im Übrigen, die Versuche werden auch 2022 fortgeführt. Und in diesen Versuchen haben wir genau diese Effekte untersucht. Wir haben in den Versuchen erstmal eine sogenannte Ertragsfunktion erstellt. Wie macht man das? Man nimmt einen Bestand und steigert den Stickstoff, wir haben es hier gemacht, von 0 bis 240 Kilogramm N. Und dann kommt daraus im Ende eine sogenannte Ertragsfunktion. Und diese Ertragsfunktion, an der kann man dann ablesen, wo der maximale Ertrag ist und wo der optimale Ertrag ist. Und so eine Ertragsfunktion, die unterliegt dem Gesetz des abnehmenden Ertragszuwachses. Da kann man sehr schön sehen, dass die Kurve mit zunehmendem Stickstoff immer flacher wird. Das ist sehr aufwendig und diese Ertragsfunktionen sind auch für jeden Standort, für jede Frucht unterschiedlich. Und von daher braucht man schon eine große Versuchsanzahl. Das hat schon unwahrscheinlich Arbeit gekostet. Aber wir sind dann noch einen Schritt weiter gegangen, was bislang auch noch keiner gemacht hat. Wir haben uns die Ertragsfunktion nochmal angeschaut unter dem Einfluss vom Prodax Balaya Revitrex Comet. Das heißt, wir haben uns die Ertragsfunktion in der Kontrolle angeschaut und haben danach auch noch zusätzlich einen Versuch gehabt, wo wir Prodax Balaya Revitrex Comet behandelt haben und haben hier auch die Ertragsfunktion erstellt. Diese Ergebnisse, die wir da rausgekriegt haben, waren wirklich beeindruckend. Das muss ich sagen. Was heißt beeindruckend? Ich erkläre das nochmal deutlicher für unsere Zuhörer. Ja, ich will es mal versuchen zusammenzufassen. Wir haben festgestellt, dass der Einsatz von Prodax Balaya und Revitrex Comet die Stickstoffausnutzung im Weizen um bis zu 50% steigern konnte. Im Übrigen in der Gerste waren diese Werte noch höher. Das hört sich nun immens an, aber ich will es mal an einem konkreten Beispiel festmachen. Ich habe mal sechs Standorte, die wir im Osten Deutschlands hatten, im Weizen mal zusammengefasst und ausgewertet. Und ich will es mal so sagen. Wir haben in der Kontrolle für 100 Kilo Weizen, um den zu erzeugen, 1,8 Kilogramm Stickstoff gebraucht. In der Behandlung mit Prodax Balaya und Revitrex Comet haben wir diese 100 Kilogramm Weizen mit 0,99 Kilogramm Stickstoff hingestellt. Das heißt, wir haben den Stickstoffeinsatz um 45% reduziert, bei gleichem Ertrag. Und das ist eine Größenordnung, die hatten wir überhaupt nicht erwartet. Die ist schon gigantisch und das muss man sich mal klar machen, dass wirklich durch das Gesundhalten der Bestände, durch den Einsatz von Prodax, das die Wurzelwachstum verbessert hat, dass wir dadurch die Ausnutzung des Stickstoffs fast verdoppeln konnten. Okay, das ist wirklich sehr beeindruckend, wenn man die Zahlen so hört. Aber kann man das so in die Praxis übertragen? Michael, du bist auf den Betrieben auch unterwegs und kennst es aus deiner Erfahrung. Wie ist die praktische Relevanz von diesem Ergebnis? Ja, der Bernd hatte ja die Zahlen. Die sind ja wirklich sehr imponierend, was da also für ein Spielraum ist. Und der ist also immens. Und das muss uns also auch bewusst sein. Eine gesunde Pflanze mit einem super Wurzelsystem macht also die Stickstoffverwertung eben sehr, sehr erhöht. Bislang hat man sich da ja mehr theoretisch damit beschäftigt, weil wir ja eben, wie gesagt, viel Stickstoff oder Stickstoff zur Verfügung hatten zu akzeptablen Preisen. Man kann das Beispiel ja ganz einfach bringen. Jetzt ist ja gerade der Winter vorbei, die Erkältungszeit ist vorbei. Aber wenn man Erkältung hat zum Beispiel, ist man also nicht gesund. Und wenn man was isst, kommt da relativ wenig Leistung raus. Man muss sich auskurieren und genauso geht es ja im Grunde genommen der Pflanze. Und heute bei den explodierenden Stickstoffpreisen müssen wir wirklich jedes Register ziehen, um die Effizienz zu erhöhen. Und hier sind natürlich einmal die Grunddüngung, die Aussaat, Fahrgeschwindigkeit bei der Aussaat, Saatgutablage ein Punkt. Und das ist aber ja praktisch alles im Herbst erledigt und im Frühjahr bleiben dann im Grunde genommen nur noch die guten Pflanzenschutzmaßnahmen mit den physiologischen Effekten, die wir ansprachen, um also den Stickstoff optimal zu nutzen. Und die ganz praktische Frage ist im Grunde, wie können wir aus einem Kilo Stickstoff so viel Weizen machen, wie möglich, beziehungsweise hier das wirkliche Maximum erreichen, um also hier auch einen Teil unseres Stickstoffangebots abzupuffern. Ja, eins ist natürlich klar. Düngemengen müssen wir neu bestimmen. Und hier kann ich nur darauf hinweisen, der Dr. Krieger hatte ja im Grunde, viele, viele Beispiele und detaillierte Zahlen genannt. Hier kann man auch den Zuhörern, geben wir ihnen gern das Angebot. Kommen Sie da gern mal auf uns zu. Wir können das für viele Naturräume berechnen. Wo ist also das neue Optimum zu suchen? Also bedeutet im Grunde genommen der Grenzertrag. Und in der Vergangenheit lagen halt die Sachen Maximum und Optimum ziemlich eng beieinander, weil wir ja wie gesagt den Stickstoff zu ganz anderen Preisen bekommen haben. Aber heute, wo man denn nicht mehr für 50 Cent pro Kilogramm N bekommt, sondern zum Teil ja sogar bis jetzt aktuelle Angebote für 4 Euro des Kilogramm N, ist es eben hier wirklich wichtig, das wirtschaftlich genau zu betrachten, wo es nachher die maximale N-Düngung erreicht. Ja und auf guten Standorten kann man durchaus bis zu 50 Kilogramm N durch so eine Maßnahme und das ist eben das Produx für das Wurzelwachstum, die Aufnahme von Ammonium und F500 für die bessere Vermehrtung von dem Nitrat. Also schlichtweg ProDAX, Balaya im T1 und Remitrex Comedian T2 sind also hier das größte Werkzeug, was wir hier an der Hand haben. Das haben wir aus unseren Versuchsserien und Ertragskurven sehr deutlich ableiten können. Und das muss man noch sagen, bei meiner deutschlandweiten Aktivität, das wurde uns bundesweit bestätigt, dass es also derartige auch ältere Versuchsserien gab, aber eben nicht so explizit wie unsere. Also ganz konkret, wenn man das zusammenfassen will, Bernd, heißt es wirklich dann im Endeffekt weniger Stickstoff und der Ertrag bleibt gleich? Ist es ein Jahreseffekt oder kann man jetzt generell in der Situation sagen, wir sparen es und wir haben trotzdem die hohen Erträge bei unserem Einsatz des Flanzenschutzes? Ja Philipp, gewissen Rahmen ist das so. Aber, du musst noch ein Aber sagen, erstens können wir mit Platzenschutz natürlich keinen Stickstoff ersetzen. Denn eins werden wir sicherlich sofort merken, wenn wir den Stickstoff um 50, 60, 70 Kilogramm N reduzieren müssen, dann werden wir es an den Proteinwerten merken. Das ist das Erste, was nachgibt. Wir haben natürlich Sorten wie den Ponticus als E-Weizen, der puffert da eine ganze Menge ab, der kann sehr hohe Proteinwerte machen und den kriegen wir dann vielleicht noch als E-Weizen vermarktet. Aber, wir müssen aber auch sehen, das Ganze ist auch bodenabhängig. Habe ich gute Ackerböden, die einen guten Bodenfruchtbarkeit haben, da puffert der Boden natürlich viel mehr Stickstoff ab. Gehe ich dagegen in die leichteren Böden, wo die Humusgehalte niedriger sind, die sandiger sind, da habe ich diesen Puffer nicht. Das heißt, auf den Schlägen werde ich viel schneller merken, weniger Stickstoff heißt weniger Ertrag heißt weniger Protein. Da ist die Flexibilität bei Weitem nicht so groß. Ich kann das Ganze ein bisschen abpuffern dadurch, wenn regelmäßig organisch gedüngt wird. Begüldte Standorte haben einen ganz anderen Stickstoffpuffer im Boden als nicht mit organischer Düngung versorgte Standorte. Das heißt, man kann nicht pauschal sagen, auf leichten Böden haben wir deutlich stärkere Stickstoffwirkungen. Das heißt, ich kann deutlich weniger den Stickstoff reduzieren als auf schweren Böden. Nein, vielmehr ist das so, man kann auch sagen, auf organisch gedüngten Böden, da ist der Puffer viel, viel größer und ich kann den Stickstoff viel deutlicher reduzieren. Wenn ich das zusätzlich einsetze, habe ich auf diesen organisch gedüngten Standorten viel mehr Möglichkeiten, den Stickstoff zu reduzieren. Und da sind durchaus Einsparungen von 50, 60 Kilo die Regel, ohne dass die Erträge leihen. Das geht. Wenn wir mal auf die Langfristperspektive gehen, und es ist ja ein aktuelles Thema, was wir besprechen mit den hohen Stickstoffpreisen. Michael, wie geht es weiter? Was schätzt du, können wir langfristig Dynamiken senken mit dem System, wie wir es gerade erklärt haben? Oder kommen wir da sozusagen durchs Loch und hoffen, dass wir dann entsprechend irgendwann auch wieder mehr Intensität fahren können? Ja gut, durch diese ganze Versuchsserien denke ich, wenn wir langfristig das senken wollen, hätten wir praktisch einen Nobelpreis dann auch verdient. Das ist also durchaus möglich. Es sind viele Punkte, die jetzt dazukommen. Wir müssen also dem Boden mehr Stickstoff entziehen, aber wir müssen natürlich auch gucken, dass wir uns hier die Bodenfruchtbarkeit nicht abbauen. Wir wissen ja, dass in den meisten Ackerböden zwischen 15.000 und 3.000 bis 30.000 Kilogramm N natürlich enthalten sind. Das ist aber der Humus, das ist klar. Und den würden wir hier im Grunde genommen abbauen. Wenn man hier mal nach Dänemark schaut, dann ist das natürlich ganz kritisch gewesen. Denn die Programme, die dort eingeführt wurden, haben ja dazu geführt, das hatte der Bernd Krieger ja angesprochen, dass die Proteinwerte nachher gar nicht mehr zu erreichen waren. Die können gar keinen Qualitätsweizen mehr erzeugen. Und ja, also wir haben heute im Grunde, denke ich, konnten wir schon mal gut diskutieren, der gezielte und sichere Pflanzenschutz mit gut entwickelten Produkten. Das bedeutet also, Balaya, Revitrex, Revitrex, Gomet bzw. Prodax sind also eine Maßnahme, die Eneffizienz zu erhöhen. Und weniger Stickstoff, ja, und weniger verfügbarer mineralischer Stickstoff, da kommen wir jetzt also zu einem anderen Punkt. Und da sind wir also dabei, dass wir über unsere Fruchtfolgen nachdenken müssen. Und auch hier können wir schon mal einen Ausblick geben. Hier haben wir also im Jahr 2019 begonnen, uns an unseren Versuchsstandorten in Hofsieg, Quellendorf in Sachsen-Anhalt, Etzdorf auch in Sachsen-Anhalt und in Kreutsch in Sachsen, beziehungsweise auch noch in Waldendorf in Mecklenburg-Vorpommern, haben wir angefangen, uns mit Fruchtfolgen zu beschäftigen. Wir haben sechs verschiedene Fruchtfolgen und das Ziel ist jetzt, also über Leguminosen hier Pflanzen verfügbaren Stickstoff ins System zu bekommen. Und hier spielen auch noch mal viele Dinge eine Rolle. Wie führe ich überhaupt eine Leguminose? Denn die haben wir ja jetzt in der letzten Zeit, ja, die haben wir immer so ein bisschen stiefmittellich behandelt, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber was zählt da dazu? Welche Spurnährstoffe brauchen wir? Welche weiteren Maßnahmen gibt es noch? Und wir stehen also hier im Grunde, ja, auch durch den Green Deal, aber eben jetzt sehr viel deutlicher durch die Verfügbarkeit des Stickstoffs, durch die schlechte Verfügbarkeit des Stickstoffs vor einer nachhaltigen Veränderung in der Landwirtschaft. Und diesen Wandel, den wollen wir natürlich gern begleiten mit viel Unterstützung und Forschung, vor allem aber innovativen Produkten, die die BASF hier entwickelt. Und hier brauchen wir natürlich auch, ja, den guten Dialog mit den politischen Rahmenbedingungen, um hier die Veränderungsprozesse auch gezielt voranzubringen. Was kann man also so sagen, abschließend, wir haben also hier gute Lösungen und wir müssen uns hier auch ganz klar machen, dass viele Wege erforderlich sind und aber auch erfolgreich gegangen werden können, wenn wir die Bausteine alle zusammenfügen. Einen haben wir heute gegeben und ich hoffe, wir bekommen hier ein bisschen Rückmeldung dazu und ja, gebe dann zurück zu dir, Philipp. Ja, vielen Dank. Michael, du hast schon ein perfektes Statement zum Schluss gesagt. Ich brauche gar nichts sagen. Als kleine Ergänzung vielleicht noch einmal, Bernd hat da eben auch darauf hingewiesen, wir haben deutschlandweit wieder Versuche zu diesem Thema angelegt und wer dort Interesse hat, die Auswertungen laufen dann in den Herbst-Wintermonaten und auf unseren Veranstaltungen werden wir natürlich dort auch die Ergebnisse präsentieren. Man kann dort an den Folien natürlich viel besser, auch an den Ertragskurven und Düngekurven das Ganze erklären und diskutieren. Also, wer daran Spaß hat, der kann uns jederzeit gerne kontaktieren und zu unseren Wintervereinstellungen kommen. Da können wir dann, wie gesagt, tiefer einsteigen. Ja, Michael, Bernd, ich habe noch einmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Mir hat es sehr viel Spaß bereitet. Ich konnte wie immer einiges mitnehmen, viel lernen und verehrten Zuhörer, ich hoffe, Ihnen geht es genauso wie mir. Sie konnten hoffentlich auch was für Ihre Arbeit mitnehmen und in der Praxis umsetzen. Und wenn wir schon bei dem Stichwort Arbeit sind, möchten wir alle drei, wie wir in der Leitung sind, Ihnen viel Erfolg in der weiteren Saison wünschen. Das richtige Fingerspitzengefühl bei den anstehenden Frühjahrsmaßnahmen im Pflanzenschutz. Und machen Sie es gut. Bis bald. Wir hören uns wieder. Tschüss.